Wir sind nun der dritte Vers des Dekonfinements. Für dich noch einmal ein grösses Merci an all die Leute, die sich während des Covid-Fers die verschiedenen Mäsuren umzusetzen und anzumelden. Los und los kommen wir an das normale Leben zurück. Weiterhin bieten wir uns aber auch Träger zu respektieren, durch die Maske und das nicht zwei Meter Kind respektieren. Wir machen die Mengen auch ein paar Masuren geholt, wie zum Beispiel für die Geschäftswelt zu unterstützen mit einem speziellen Subsidium. Wir machen auch einen Abruf für die Unierfbürgerinnen und Bürger, dass es heute zu machen und auch einen Ankämpfung gibt, für die lokalen Geschäftsleute zu unterstützen. Es ist viel gefreut gehen wenige Pissin ab. Wir werden Pissin den 15. Juni abmachen. Aufgrund von den Mäsuren, wie jetzt der Corona-Krise, kann natürlich Pissin nicht so funktionieren, wie die Jungen finden. Maximal dürfen 415 Schleute ran, und dürfen auch sonst während 4 Stunden durchbleiben, am Maximum von diesen 4 Stunden 2 Stunden anpassen. Es ist schwierig, dass die Mäsuren zu respektieren, am Anteil von jeder Rehm, sodass so viele wie meistens Leute können ein Pissin kommen. Preise werden dieselbesch bleiben, aber wir werden bis hin bis 1. September abhören. Wir haben jedoch gesehen, dass wir auf der Promenade die Flotteausstellung über Drösen zu Lützebüsch aufgerichtet haben und zusammen mit dem Rosenfreund vor Lützebüsch profitieren von ihrem Spaziergang auf der Promenade für die Flotteausstellung können zu gucken. Wir sehen aber auch, wie der Ostbüschger beim Ostbüschhaus in Zukunft wird ausgesehen. Wir haben jetzt noch die Flotteausstellung auf der Nationalfeierung. Ein Tag, wo wir alle können zu lösen, um die Flotteausstellung zu lösen, und die Flotteausstellung zu lösen. Auch das ist das Jahr nicht mehr so. Der Verlust hat die Gemeindehode beschlossen, dass wir den 22 Stunden auch, als Gemeindehode, mit der Mächerenmusik auf der Klingepläts neben der Gemeindehode zu lösen, durch wenige Reteilen, und die werden live gestreamt gehen über Facebook. Und das ist ja, wie gesagt, leider nicht wichtig, ein Flottefest zu organisieren, und spätlich und mehr Verständnis. Wir werden noch weiterhin alle gut zu lösen, durch das Vers gehen. Die Lehren normalisieren sich auf Führermaseur, und ich hoffe noch, dass wir bestimmte Spielplätze können aufmachen für eine Kamera, wo sie sich können austoben. An diesem Zusammenhang haben wir auch gemerkt, dass wir gut viel bekommen mit den ersten für den neuen Fitnessparcours bei der Piscine. Aber wir hören auch, ob der große Spielplatz, ob der Promenade, ein Spiel installiert, wo die Leute mit einem Rollstuhl können auch an einen Schaukel herfahren, aber auch da können dann schaukeln. Wir reden noch in Zukunft, die strukturellen Investitionen zu Griebemacher weiterfahren. der Besten umsonst und kulturell, wird dann geschwöhn aufhängen. Die hohe Materie, dass das neue Parkingreglement erhält ist, und nur der Pass, wo wir temporär bezahlen für Parking-Ticket ausgesetzt haben, wird man auch los aber sicher kontrollieren, dass Leute hier Parking-Ticket haben wollen. Ich verschenke jetzt, wenn du schon. Schenke noch zu der Feier der, bleufe gesund, auch wenn gesund, halte ich von der Schrift und Triche.